ich hätte das jetzt echt nicht gedacht dass ich den krieg ohne jawohl stirbt er stirbt und das bedeutet ich bin ja auf die post gezogen aber die fahnen bedeuten halt dass das aufgaben gebäude sind und ich hab ja da wieder mal richtig gepennt bringt mal einen schönen roten tee ja das heißt ich werde früher oder später auch hier verschwinden erste blutmond nacht verbringe ich noch auf dem post gebäude und dann sind wir um das bereite ich vielleicht eventuell dann mal vor ich war aber schon unterwegs habe mir gebäude angeguckt bedeutet auch dass ich da den buchladen geklärt habe und so da habe ich reichlich 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 bücher gefunden lasst uns jetzt kurz mal schnell was essen nein nicht ein baublock essen und den schauplinen ja das ist ja jetzt meine aufgabe wir wissen da ist ein hund und 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 hallo so aber wenn ich doch schon weiß dann erschrickt doch nicht hallo da außen kommt jemand immer weg das war doch ein guter treffer kommst du ich darf nicht so weit weg weißt du ich muss unbedingt das ganze material mitnehmen weil wir es brauchen für den neubau aber erst mal ob den hund töten hallo warte johann 1 und reggie hallo ja ja schön dich zu sehen aber du hast probleme du hast fast immer und reggie bleibt mal gleich mal lass mal stecken gib mal meine pfeile habt ihr nichts für mich hallo keine pfeile wauzi habe ich nachgeladen da kommt wenn ich die tasche aufmache oder die pfeile rotos ein brutus heute ok wasser ein jagdmesser man weiß ja nie vielleicht kommt jetzt jemand ne wauzi 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 komm ich mach mal alle scheu hey heute langsam unterwegs warum das ist aber recht recht langsam halt ich möchte an den kopf schießen ok dann nicht ich kann jetzt durch die tür schießen hallo denkt daran jawoll das war also kriege ich wieder den pfeil jawoll halt mach zu ich mach die tür auf ich hab wohl nur den pfeil ja klasse komm halt raus fritz du musst nicht die tür kaputt machen hä hallo zurück ins büro ich mach die tür auf wo steckt nein da ist ja weg der pfeil hallo jemand da niemand da alle aufgescheucht alle getötet sehr gut dann mach mal auf hier frischluft es ist offen aha tücher sehr gut sehr gut du ja das ist nett von dir das nicht ein buch echt und dann ab zum händler die nächste quest nehmen soviel wie möglich ja wir cleanen jetzt alles so das war's der laden ist gleich leer geräumt aber richtig also jetzt muss ich noch ein besen haben dann fähig ich noch so sieht's doch aus oder ne 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 ja ist ja gut die welt geht unter und wir gehen mit oder haben wir es verpasst ne kein licht das ist doch ein lumpen xp2 hab ich ne nicht mal ne fackel hab ich was für ein armuts zeugnis lass uns rüber gehen ein licht holen oiaiaiaiaiaiaiai schlimm schlimm da gibt es nichts mehr ne eeeh das beste hätte ich fast vergessen was ist das panserbrechende robotische Schittstürme also gut ab hier ok und du chnüppel sehr gut chnüppel immer gerne gesehen dann Kunststoff und ab und ab aber zack zack ja ich gehe gleich zum Händler lass mich kurz nach Hause du bist total voll also im Sinne überladen schon klar ja das passiert auch normal ja oder, dass ich zweimal in ein Gebäude gehe die für den Händler eine Aufgabe sind oder für mich vom Händler eine Aufgabe sind direkt 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 ich weiß nicht ich denke immer rektal sorry hey Rex ich sag Rex fertig aus hey Rex was hast du mir mal da habe ich die habe ich ja ich werde die 60 nein naja ich wollte Junge ich wollte es gerade kaufen hier habe ich es tata vergrabene Vorräte ja ok machen wir halt noch mal oh Entschuldigung nervöser Hand war ein Aussprutscher echt das war jetzt zum Fahrrad Moment aber die Werkbank fehlt mir ich habe Licht Achtung ich blende dich Nase Bär jetzt das Rad ja ich könnte es machen wenn ich eine Werkbank habe ich kann eine machen ich kann eine Werkbank machen äh das ich brauche noch ein Rad Tiching habe ich was vergessen kann ich was glauben kann ich dir was irgendwie vielleicht habe ich was vergessen nö alles zerstört ja da ist was komm gib mir was für yo ein Motor es reicht so was ich noch hätte ein Motor ohne Fahrradkette jetzt reicht's Rad gib mir das Rad Dürfen jetzt habe ich sogar noch die ja ja immer die Beleidigungen hier Abmarsch Werkbank machen so schnell wie möglich die brauche ich mit Fahrrad oder morgen ist schon Blutmond der Erste uuuh zurück zur Werkbank ach so ja jetzt fängt es an ihr seht es auch das ist immer das Problem die mechanischen Teile wo kriege ich denn die her und was das ist nicht mehr lustig das ist traurig das ist sehr traurig also jetzt noch 15 mechanische Teile wo kriege ich die her vom Händler ja ok dann nochmal zum Halsabschneider uuuh oberste Priorität ein ein Velo ein Drahtesel ein Bike was gibt es noch Fahrrad was sagt man noch zu einem fahrbaren Untersatz ja das ist ein Griff ins Klo jetzt echt ja leck mich echt wo kriege ich für 2015 zur Teile ja dann ab zum Nachbar die das ja nein aber vielleicht finden wir ne einen Schraubenschlüssel wenn wir den gingen hier als Belohnung oder den Tod hello alles nachladen ok hoppa wer kommt denn da ach mein Liebling den mag ich gar nicht ich mag ich gar nicht ui 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 dann spring mal wirklich das ist mein absoluter äh ich mag den nicht wirklich jetzt gar nicht so so help ich helfe mir auch Moment erst mal essen dann ein Fett mitnehmen ah das habe ich schon immer gerne mitgenommen und jetzt haben wir Licht hallo mach mal Licht und Geld geil komm Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel oh aber das ist ein Vierer ich brauche mir gar keine Hoffnung machen hier geht es gleich zur Sache ich bin total konzentriert ich habe quasi schon die Beine in den Füße in den Händen zum Losrennen laufen weg ab stiften gehen nennt man es glaube ich oh das war ein Luft schuss hello hey aber nicht anzünden oh ja ganz spröter kopf ja okay ja das aber da gehe ich in Flammen auf super 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 moment ich brauche was für die Nachwelt nicht ringeln schön einer nach dem anderen super geil gut gemacht ich wollte gerade den Abend loben aber wir gucken mal nach oben oder hallo wie schaut es denn da aus komme ich da rüber ich möchte die Handtaschluden vielleicht ich springe naja komm lass uns weiter loben oh ein Buch yo robotik boah die Lampen sind echt cool oder sehen echt geil aus wieso nehme ich alles mit ich verstehe es nicht das ist der Sammeltrieb oh Toilette ohne Ende Wasser ist gut gib her ich war noch nicht drin oh ja das kann nur böse enden dann nochmal zurück hoch das war ja erst der Anfang von der Geschichte reicht da was heilos überladen oder naja wie immer dann Achtung Achtung hier spricht der Wortfunk ne sei mal nicht so übermütig hier komm gib mir einen Schraubenschlüssel dann bin ich weg was ist das Brandfeuer werfen ok ja das ist weil ich überladen bin mach ne Kiste jetzt hole ich später das ganze Zeug bin doch gerade in der Nachbarschaft er brutal wie das bremst oder lasst uns das rausschmeißen erst es ist wahnsinn ich habe keine Energie wenn die dann Hase kommt und mich ans Bein pinkelt dann fällt mir der Fuß ab geht nicht geht nicht nicht so ok alles raus was nicht rein gehört ich nehme mich mit jawohl halt das kommt nicht hier rein ach nach dem Umzug wird es besser ja gut er ist weggeschmissen freut mich für dich ok dann lasst uns seht ihr es schon geht es wieder gleich nochmal rüber und Action vielleicht besser wenn wir von oben kommen oder was ich sie besser ja ist ja gut apropos oben das war auch nichts wo komme ich da hoch Außenmauer Außenmauer komm da haben wir doch da gibt es doch so Art Trap nö oder da guck guck an ja ist egal da gehen wir hoch oder hopp ja geht doch doch gar nicht so schlecht oder ah laden sehr positiv sehr positiv und 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 war alles umsonst weil ich runterbreche und gleich kriege ich eine abgezogen oder erstmal besser auf wo du hingehst ja stehe stehe nicht mehr witzig echt lass mich raus befreit befreit also weiß ich bescheid das nächste wo ich drauf springe falle ich nach unten und dann ist vorbei gucken was es noch gibt ok wie kann ich mir um Hals schaffen mit dem Pfeil die Schwester hallo Schwester guck guck ok das war die Schwester Munition nicht runter springen nein nein ich falle achso riecht alles zusammen ja weg aber schießen noch weg weg und ja handwickel freigeschaltet qualitätsstufe 2 lasst uns entladen und beladen sehr gut stufe 5 perfekt geiles teil in dem kleinen Täschchen schade kein Rohr kriege ich da ein Rohr wenn ich das kaputt mache nein das ist halt halt unten äh ich falle runter ich ja es geht nicht lang oh oh sollte ich Glück haben hört he he ja geil hey hey guck an guck ich schieße oh ja ins rechte Oberschenkel und was ist das hallo warum machst du das warum macht er das ich treffe zwar aber er zielt in die Nachbarschaft ok au das ist praktisch sehr gut noch besser ist da noch was ja hm ok wenn ich hier hochkomme dann eventuell auf der Flucht ein bisschen was vorbereiten ja 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 1 2 3 so 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 nicht so ne so ok weil ich sehe es schon kommen hier halt mein Pfeil weg Essen wow Steak und Kartoffel freigeschalten mit Kartoffeln mit und mit Kartoffeln saugeil oder läuft jetzt ein Traubenschlüssel Traubenschlüssel mann da war doch immer einer drin sehr enttäuschend die Pflanzen sind echt hübsch hübsch tot ok da war ich Hallo Stellt das überhaupt eine Sicherheitsbarriere dar ja dann Füße in die Hände und flitzen Hallo hopp ok ja es war nur der Krabbler aber irgendwer läuft da schon was von oben gehört kann das sein ah das war der gleiche Fehler wieder wie vorhin beim Test wo seid ihr aha boah der ist echt gut komm ich habe noch mehr au ja aber so bringt es ja auch nichts ne aber scheint doch nicht so schlimm zu sein wie das äh Militärlager als Stufe 4 hier bis jetzt bis jetzt bis jetzt nicht mal nicht fertig loben ne ok Fritz ah nein nicht Fritz Blitzi oder Blitzi Regi ja das geht noch lasst uns mal hoch gehen rüber ja ich habe keine Bock ständig zu sterben oh ja ja bitte hier anstehen an der Tür das wäre nett komm mal her oh ne ok das nicht ah so war es nicht gemeint ja ja wo ist es Maul Achtung ich liebe das durch die Tür wie geht es dir ab Moment kriege ich noch ein Bild ja so sieht gut aus Achtung Achtung hier könnte der Hauptpreis sein ein ein Achtung Tools 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 ich brauche einen Schraubenschlüssel oder 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 jetzt zurück zu meinem Hauptproblem wo sind die mechanischen Tools ah ja da habe ich ja gar nicht weiter gemacht ja jetzt muss ihn selber jetzt muss ihn kaputt machen ne das hole ich später erst mal clean hier laden nachladen nachladen Junge pass auf in der Scheißhäuser sammle sie sich aha mhm ja ja ich habe schon gehört geht das auch schneller warum macht das so langsam ah geiles teil oh da kommt oh ja ich habe es gehört das ist nicht gut nein nein das ist nicht gut dann das war der Mopsi oder wer ist das der so den tiefen Krull hat ah da gibt es Daff ja lasst uns rein die machen wir sowieso jetzt die Tür kaputt das geht schneller als gedacht da sind die ja jetzt kommt geh kaputt dass ich was sehe ja daneben schießen gute Option ja ja einer zwei sehr gut schön oh nein treffen sehr schön steht wieder auf in der Poppes jetzt meine schönen Pfeile wie viel habe ich ah 96 Stück noch wo ist der Rest zum schützen was weg ist ist weg das ist immer gut besser als so viel auf einem Haufen ah nein er steht wieder auf nicht mehr no ok dann oh aha 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 wo war das Mensch die Musik macht einem Kira oder du denkst die ganze Zeit oh ja ah komm ja voll in die Warte yes toller Schuss oh ach du hast so geschrien oder unser Holzfäller wohin deswegen wohin möchtest du oder wer ist das wer schreit so ah das ist der Krabbler oder komm ich jetzt wieder hoch der verwirrende Teil hier oder ey nein das habe ich gedacht genau das wo ist wer ja man das ist ja eine Riesenaufgabe wenn ich nicht runtergehe brauche ich noch ewig ja wo ist er da ist er das ist er doch oder ey oh wow da kommt es aus allen Löchern das war es nämlich darum Stufe 4 da komme ich nicht hoch ok Moment yes gerade noch erwischt komm dann habe ich dich weniger das ist schon mal gut ah die kommen hier hoch guckt euch das an die kleine Mistfröde komm jetzt habe ich sie was war es das sollte es das gewesen sein jetzt Level up sehr gut wenn ich runtergehe kommt noch mehr oder was gibt es hier warum ist das ah das ist so ein Halbblock gibt es ah da kommst du nicht mehr hoch jetzt jetzt aber redsonia hat sich versteckt ok dann wie kriege ich die so gibt es da Loot oh komm schon Sonny Mann einen versuche ich noch jetzt da liegt doch was oder ein Schlafsack dann ist auch Loot hinten sehr gut sie ist sauer und hier krache ich nach unten oder ja ja erstmal testen langsam bin gleich bei dir reicht nicht schade 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 dann ich doch jetzt langsam mal Richtung nach unten oder ah da schlägelt einer ganz gewaltig oh hallo hey ich bin da wer noch uhu da hinten ist jemand hat er kommt er hat mich schon gebrochen ok dann werde ich wohl erledigen können oder so Brustschuss und nochmal und nochmal ich würde sagen ich würde sagen wir gehen runter immer die pfeile keine pfeile gute kleidung gute schuhe ja massenhaft loot halt wer klopft hier äh da hätte ich ja können habt ihr frei da war doch frei vorhin schon was ist das da ist der haupt loot ja wow yo da ist der haupt loot da muss ich rein das ist mein aber ich sollte einfach erst mal da reingehen ach ja verschießendes klob wir oh fuck okay wir wären drin echt jetzt echt die kommen oh nee geht jetzt schon die düse leise sterben jawohl aha da oh okay da liegt da einer okay lag okay jetzt möchte ich es aber auch wissen wer auch da ist ne okay ein köter ein mörder köter köter oh ne ein wauzi gut okay soviel zu dem thema wauzi ist mir no den brauche ich nicht ja ja ich höre dich warte mal wo wo kriege ich den am besten wo ist denn der jetzt geht es mir aber auf der Senkel echt Leute ja okay da irgendwo hängt der wenn der weg ist das ist schon mal das beste warum hängt der da unten wegen meinen Taschen oder was macht der was macht der jetzt so blöd ja komm schon muss mal gucken nach hinten ne weiß ja nicht was da kommt jetzt jawohl der ist schon mal erledigt ah komm jawohl gute position die wollen hoch ja cool nicht schlecht nicht schlecht das sei echt los ich baller dir den Kopf ich muss schnell los fließen komm schon komm jetzt stirb du Sau meine schöne Pfeile lass doch das da hinten wo ist die nächste aha okay jetzt hänge ich fest ich hänge fest Scheibe alle ich hänge fest ich hänge fest oh der war gut sehr gut solange er nicht kommt in the bobs ne tot ich hänge da drin ich komme nicht raus wie viel hat das 300 das geht noch oder lass uns das weg machen jo das ist so eine Zwiege gewesen und ah hey du kleines Miststück oh warte ich lade ja ich bin gleich fertig mit laden ja mach langsam Moment Moment komm zeig dein Kiputze jawohl gut voller Brustschuss wo ist der Rest bist du nicht tot du musst tot sein so jetzt ein Hund meine Pfeile die Musik gut dann alles laden jup Handfeuerwaffe auch geladen ich gehe jetzt davon aus ach so ich jetzt solle aufmachen lasst uns wieder rüber gehen die Türen sind ja jetzt offen ah da komme ich nicht durch ja ich muss durch Toilette hello ach du bist der Letzte zum Glück habe ich eine richtig gute Schrotze gefunden Junge du warst der Letzte oh ich hoffe es halt wie geht es auf ist da nichts zum drücken kein Schalter Moment aha Ladies die scheine ich zu brauchen halt ne auch nicht ja hier wow ok cool ein Stapler ja den möchte ich fahren dann möchte ich fahren und wenn ich das aufmache fällt das runter hallo kann ich dich betätigen nein und wenn ich das aufklopfe fällt es runter das wäre jetzt blöd oder nein aber ich bekomme Besuch oder was das oh man wo ist mein Schraubenschlüssel nein kein Schraubenschlüssel noch nicht fertig mit der Waffe brauchst du nicht kommen nein da ist kein Schraubenschlüssel dabei ah kriegen wir den klammheimlich und still ja aber sicher oder sehr gut niemand da bist du der einzigste das tut mir echt leid hast du extra auf mich gewartet ne dann Frieden traue ich nein da ist jetzt ein Schraubenschlüssel drin ich spüre es das hintere Teil benutzen halt hier irgendwie wird man das ah yo doch noch ok 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 no 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 yo halt eins nacheinander moment nein joh ah nee lad jetzt endlich mal shit ich hab ja gewusst dass noch was kommt scheibe echt ah yo man keiner hat's mir gesagt hab ich was zum trinken dabei ja äh äh trink mal dann das ist doch behandelt oder behandelt ja oh leichte infektion ich sollte glaube ich nach hause ich kriege einen herzen infakt jetzt hab ich selber ausgesperrt ok sind die besser nee kommt da jemand die wollen die wollen kommen ah oh yo no no oh no nee zweimal gelb keine chance zweimal gelb keine chance da muss ich die füße in die hände nehmen und leicht stiften gehen das ist ein bisschen viel da seht ihr auch rein oder ah aber mit dieser energie her boah nee echt es wäre ja auch zu schön gewesen wenn es so einfach ging die kommen die kommen kein ding ich muss nach hause ich muss die infektion heilen ja lasst uns erstmal die infektion machen zu hause sonst schreitet sie zu weit voran bitteschön benutzen jo dann zurück 17 17 30 leck o leck geht das lang das ist eine lange geschichte hier drüben kannst du ja wegmachen ne so jup dann zurück zu unseren oje haben wir haben wir sie schön geärgert dass sie rauskommen ja draußen sind die schon draußen naja jo leckermio die sind draußen hallo hallo halt mal vielleicht kommen die anderen oh ne der hat einen anderen weg gefunden was machst du jetzt was ah jo ok das sind ja dann schon ist das unser schlitzauge von ja komm das ist er oder ah ja das sind sie das sind die beiden boah die sind nur sauer der macht alles kaputt boah der frisst beide wie blöd seht ihr das Nagelkissen das er hat ich hab ihn ich glaub's ja gar nicht wo ist jetzt der Karl-Heinz Karl-Heinz ist der letzte oder das wäre jetzt echt cool ah da ist er Karl-Heinz eh Karl-Heinz Karl-Heinz ich kann nicht so lange bleiben die Nacht kommt gleich komm stirb mal komm jawohl du mir doch den Gefallen sterben oh schau mal die vielen Pfeile an die brauche ich doch für dich töten zum dich zu töten ja guckt euch die Pfeile an ah ja Wahnsinn kann ich jetzt da rein ist da oh ne oh ne muss das sein ich geh zwar rein aber ungern mit Nebel Hunger ok lass uns was essen ich hab's nicht genommen nee das war jetzt auch blöd naja im Eifer des Gefechts nervös hab ich tatsächlich vergessen hallo ja ja immer wieder eine Freude wo war das da hallo hallo Leute oh soll ich mich bemerkbar machen ich glaub wir haben's geil das wär doch geil oder hallo hallo jo das hilft dir auch nicht viel der Hasenfuß hat's geschafft der Hasenfuß ist am Ziel ich hab's geschafft Leute echt geil oder das war jetzt eine große Sache jo dafür brauch ich Dietrich ohne Ende okay dann beginnen wir mit dir das ist ne Loot Nummer jo komm Schraubenschlüssel brauch ich immer noch benutzen du bist überlastet ich hab Drogen gefunden die nehm ich schau an ich kann alles tragen und gleich was trinken oder das macht Durst das brauch ich sowieso dann Bessengeist komm halt was mach ich da ich wollte ich du hackst willst das kaputt machen ein Rad ja danke das Rad hier mein Schraubenschlüssel okay hab keine dabei dann lasst uns erstmal hier zumachen hilft zwar nicht viel aber die Saison ist eröffnet haha hab ich nicht Dietrich mitgenommen hallo Dietrich ja dann lasst uns nach Hause gehen die Dietrich holen solange die Drogen noch wirken und dann den großen Koffer aufmachen okay dann zurück zu unserem hab ich Dietrich ja Hauptgeschäft ja ja das wäre eine Nummer gewesen wieder so verwende befestigte Truhe okay 10 Dietrich mal gucken wie weit wir kommen einer komm schon mach mich nicht schwach 2 das muss reichen 3 okay jawoll und hier ist der Hauptprice das hättet ihr bekommen wenn ihr mit gegangen wären jetzt gehört es mir alleine Achtung Baba kein Schraubenschlüssel also gut das heißt ich nehme das noch mit und gehe systematisch durch was auch immer ihr weiter noch macht macht es auf jeden Fall gut bis dann Tschüss Tschüss Schraub Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel